Danke, 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 danke schön. Samstag Nacht. Energized and presented by Flying Horse. The Energy Drink. Otto Walkes trifft Edgar Rollis. Es geht um, sagen wir mal, Belästigung im weitesten Sinne. Otto, die Serie. Montag, 20.15 Uhr bei RTL. Ein Herzensbrecher kehrt zurück. Ha, Afirgo, ich fühl mich gut jetzt. Gestatten, Baby Bruno. Der Star, der aus der Windel kam, die zarteste Versuchung seit es Kinderpopos gibt. Endlich hat Deutschland wieder einen echten Straßenfeger. Und gnadenlosen Herzensbrecher. Also, worauf warten wir noch? Let the show beginn. Denn danach muss ich ja ins Bett. Ottos Ottifanten. Montag, 20.45 Uhr bei RTL. Wir brauchen jemand mit Gespür für Form und Design. Das hat er. Er fordert Qualität bis ins Detail. Übernimmt er Verantwortung? 100 Prozent. Er ist junger Vater. Und wie sieht er seinen Job? Er sucht Lösungen, die schön sind und funktionieren. Fährt ein Renault Laguna. Ist er zuverlässig? Absolut sicher. Und souverän. Würde gut zu uns passen. Wann kommt er? Er ist da. Renault Laguna. Einfach besser. Tausendmal gemacht. Kann jeder. Probier ich morgen. Jetzt neu. Pepsi Max. Maximaler Cola-Geschmack. Kein Zucker. Ist gut. Ist es. Kommt gut. Ist klasse. Live life to the max. Nie Pepsi Max. Schmutz und Ölrückstände gefährden unsere Natur. Deshalb ist die Autowäsche selbst auf Privatgrundstücken fast überall untersagt. Bei Lea können Sie Ihr Auto mit gutem Gewissen waschen. Ist doch auch viel bequemer. Hier ist Lea. Hier tanken Sie an. Und was können wir für Sie tun? Heute ein König. König Pilsener. Das König der Biere. Seit sie da ist, hat sich mein Leben schon verändert. Sie bereitet mir schlaflose Nächte. Sie sorgt dafür, dass ich mich gesund ernähre. Bringt mich an die frische Luft. Fehlt nur noch, dass ich auch ihre Pflegeserie benutze. Mit Pinaten beginnt ein neues Leben. Aber immer öfter. Weil es alkoholfrei ist. Nein, weil es ein Bier ist. Klaus Daller. Alles, was ein Bier braucht. Schau, kleine Prinzessin. Unser Traum. Unser Haus. Mit einem Garten zum Spielen. Und damit das alles wahr wird, gehen wir den Leonberger Weg. Die Leonberger helfen uns, unseren Traum wahrzumachen. So wie ich dir helfe, laufen zu lernen. Leonberger Bau-Sparkasse. Wir beraten wie ein Freund. Welch ein Tag mit freundlichen Diebels. Philips erfindet den Turbo Drive für einen der schnellsten Hi-Fi-Videorekorder der Welt. Er spult ein 3-Stunden-Band in 95 Sekunden zurück. Laser-Präzision liefert Ihnen so klare und scharfe Bilder, wie Sie sich schon immer gewünscht haben. Und Studio Picture Control verbessert das Bild jetzt so, dass auch Ihre ältesten Bänder immer ihr Bestes geben. Geschwindigkeit und Bildqualität. Das ist es, was zählt. Philips Invents for you. Links oder rechts? Rechts. Danke. Ich fahre das erste Mal in einem Esmas. Echt komfortabel. Liegt gut auf der Straße. Wenn wir da sind, mache ich wieder Hecht in Salbei-Butter. Tolle Idee. Brav, wir sind gleich da. War auch wenig los. Und ich hatte nie das Gefühl, in einem Auto zu sitzen. Renault Esbas. Das Original. RTL Action Pack. Er ist wieder da. Arnold Schwarzenegger ist der Terminator. Und er hat etwas mitgebracht. Etwas, worauf jeder abfährt und was Sie nur bei uns gewinnen können. Am 10. Februar um 22.10 Uhr. Fahren wie der Terminator. Auf der legendären Harley-Davidson-Fatboy. Also einschalten, anschauen und mitspielen. Terminator 2 mit Gewinnspiel am 10. Februar um 22.10 Uhr bei RTL. Hasta là vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Vielen Dank.